In diesem Video zeige ich euch, was Arrays sind und wie man mit denen arbeitet. Öffnet wieder eure Konsole. Arrays sind im Grunde Listen. Sagen wir, ihr habt die Variable Name und die steht auf Jodie Foster. Und jetzt seid ihr aber die IMDb und wollt den kompletten Cast von Das Schweigen der Lämmer speichern. Was ihr also braucht, ist eine Liste mit all den Schauspielern, die in dem Film vorkamen. Das heißt, was ihr braucht, ist ein Array. Machen wir uns mal eine Variable Cast. In JavaScript werden Arrays mit eckigen Klammern geschrieben. Und dann kommen die einzelnen Elemente des Arrays, also Jodie Foster, danach kommt ein Komma, dann Lawrence A. Booney, Kasi Lemons, Lawrence T. Renz, das reicht erstmal, eine eckige Klammer am Schluss und wie bei jeder Variable ein Semikolon am Schluss. Drückt Enter und jetzt habt ihr euer erstes Array erstellt. Ihr habt jetzt eine Liste erstellt mit mehreren Strings, mit mehreren Namen von Schauspielern. Um auf ein bestimmtes Element zuzugreifen, nehmt ihr das Array und setzt in eckigen Klammern dahinter den Index von der Stelle, die ihr auslesen wollt. Also wie bei Strings. Ich nehme hier mal 0 als Beispiel und drücke Enter und heraus kommt Jodie Foster. Wir können genauso auch an dieser Stelle das Element ändern, also sagen wir, jetzt ist zum Beispiel in dieser Liste Anthony Hopkins nicht enthalten, dann nehmen wir Cast 0 und setzen gleich und dann schreiben wir ein String mit Anthony Hopkins und drücken Enter. Und wenn wir uns jetzt den Cast angucken, ist Anthony Hopkins im Cast drin. Dafür ist jetzt allerdings Jodie Foster nicht mehr drin. Aber wir können das Array erweitern und Jodie Foster zurück in die Liste bringen, indem wir sie an das Ende der Liste, an das Ende des Arrays anhängen. Wie funktioniert das? Der höchste Index ist momentan 3. Gucken wir uns mal die Stelle 3 im Cast an. Das ist Lawrence T. Rance und der ist hier ganz am Ende des Arrays enthalten. Es gibt also nichts darüber hinaus. An der Stelle mit Index 4 ist kein Element enthalten. Wir können aber an der Stelle einfach ein Element definieren. Und das heißt, ich definiere diese vierte Stelle oder diese fünfte Stelle mit Index 4 einfach und schreibe da Jodie Foster hin. Und wenn wir uns den Array jetzt angucken, ist auch Jodie Foster wieder in der Liste des Casts enthalten. Arrays haben auch ein Length-Attribut, also auch das ist wie bei Strings. Und damit kann ich auslesen, wie viele Elemente in einem Array sind, also in diesem Fall sind das fünf Elemente hier im Array Cast. Und das ist sehr nützlich, denn stellt euch vor, wir wollen irgendwie ein Element an ein Array anhängen, aber wir wissen den höchsten Index nicht. Dann können wir dazu einfach dieses Length-Attribut nehmen und das als Index verwenden. Wenn wir das also zwischen den eckigen Klammern schreiben, wird das, was wir dann der Stelle zuordnen, immer an das Ende des Arrays angehängt. Jetzt können wir ja unsere neu gewonnenen Erkenntnisse aus den letzten beiden Videos verwenden und eine Funktion schreiben, die das für uns macht. Ich schreibe also eine Funktion und nenne die mal push und die soll ein beliebiges Element an ein Array hinten dran schieben, pushen. Dazu müssen wir zum einen das Array kennen, ich kürze das mal als r ab und zum anderen das Element, das drangehängt werden soll. Pausiert vielleicht an dieser Stelle einmal das Video, um selbst zu überlegen, wie die Funktion jetzt geschrieben werden sollte, was da reinkommen sollte, ansonsten zeige ich euch das jetzt. Wir nehmen also unser Array und greifen auf die Stelle hinter dem letzten Index zu, also quasi auf den nächsten Index und setzen dort unser Element hin. Und jetzt pushen wir mal in unseren Cast noch scott-glenn. Gucken wir unseren Cast mal an und tatsächlich, da ist jetzt auch scott-glenn drin. Jetzt will ich mal dieses Array ausgeben mit dieser alert-Funktion. Was passiert, wenn ich jetzt hier das Array der alert-Funktion übergebe? Die einzelnen Elemente werden durch Kommas getrennt, hier in diesem Dialogfenster angezeigt. Eventuell ist das bei euch nicht der Fall, vielleicht steht bei euch in eckigen Klammern object object. In jedem Fall will ich das aber eh ändern, denn ich möchte nicht, dass hier diese Namen nur mit einem Komma getrennt sind. Ich möchte, dass hinter jedem Komma auch noch ein Leerzeichen steht. Wie kriegen wir das hin? Wir können uns einen String schreiben, ich nenne das mal, ich mach mir eine Variable und nenne die mal castString und in diesen String schreiben wir dann einfach das rein, was dann anschließend in diesem Dialogfenster stehen soll und das wäre dann halt die einzelnen Elemente des Arrays getrennt durch ein Komma mit einem Leerzeichen. Wie machen wir das? Das müsstet ihr eigentlich auch selbst schon wissen, vielleicht pausiert ihr auch an dieser Stelle nochmal das Video und überlegt es selbst nochmal. Ansonsten, es geht ganz einfach, wir wissen ja bereits, wie man auf ein einzelnes Element im Array zugreift und dann verknüpfen wir das einfach mit diesem String, der die einzelnen Elemente trennen soll. Also, wir schreiben cast und dann in eckigen Klammern 0 und dann plus und dann als String, Leerzeichen und das Ganze auch mit cast1 und dann Komma Leerzeichen und dann Cast2 und Komma Leerzeichen und Cast3 und dasselbe schon wieder. Cast4 und auch da dieselbe Prozedur und schließlich Cast5 und noch ein Semikolon hinten dran und dann können wir das alerten. Und jetzt haben wir das gewünschte Ergebnis, jetzt haben wir die einzelnen Namen getrennt durch jeweils ein Komma mit Leerzeichen. Und ihr seht, hier ist ein Muster, wir haben immer ein Element und dann halt diesen Delimiter, diese Trennung und dann nochmal das nächste Element und wieder diese Trennung, das nächste Element und wieder diese Trennung und immer so weiter. Wir könnten das auch anders schreiben, ich mach mal einen neuen String, ich nenn den jetzt einfach mal c. ich lege den als leeren String an und dann machen wir nämlich folgendes, wir fügen einfach cast0 hinzu zusammen mit dieser Trennung und als nächstes führen wir dieselbe Anweisung aus, nur dass der Index verändert wird, der wird höher gesetzt auf 1 und dann wieder dasselbe, nur dass dann das auf 2 gesetzt wird und immer so weiter, bis wir schließlich bei 5 angekommen sind. Wie ihr seht, ist das ein Muster und für jedes Muster kann man einen Automatismus entwickeln. Das heißt, es wäre jetzt praktisch eine Funktion zu schreiben, die für uns ein Array zusammenfügt zu einem String. Wie geht das? Wie können wir das machen? Auch das wisst ihr jetzt bereits, wenn ihr das letzte Video und auch das vorletzte gesehen habt. Versucht es mal selbst zu machen, ich stelle es nämlich erst im nächsten Video vor, da geht es nämlich um Schleifen. Um das zu sehen, klickt jetzt hier in das große Feld in die Mitte oder, falls ihr dieses Video hier in einer Playlist seht, zum Beispiel bei CSS3HTML5.de, bleibt einfach dran! und dann, bis zum Beispiel bei CSS3HTML5.de. Dann, bis zum Beispiel bei CSS3HTML5.de. Bis zum Beispiel bei CSS3HTML5.de, lebe ich das hier in der Grau, bei CSS3HTML5.de.